...mal heftig attackieren und auch einer hat sich da, dann kommt da nochmal auf. Das wird eine ganz knappe Riste hier vorne. Die Hälfte sind gleich abgeschlagen, die werden da wohl nicht mehr mitreden können. Jawohl, da kann auch ein bisschen angefeuert werden hier unten. Zum Feiern auf geht's! Bahnwürttemberg liegt hier mit einer Teil so die Bootslänge vor dem Doppel der Stadt Nummer 3. Köln-Brenner-Kalina und so gesagt, wird es weiter schon möglich. Kettenbekommen!